We gonna put it all in, all in, yeah, can't take a loss, I don't trust you when you talk, you talk a lot, acting like a zombie copy, how they talk, what's the drip, I don't think they drip in, thousand dollar jeans, tell me why they got the ribs then. Ich hab mir heute mal gedacht, ich mach mal wieder eine Challenge, die letzte Challenge ist ja schon mega lang her und die, die mich schon länger schauen, wissen ja vielleicht, dass ich immer so Challenges gemacht hab, wie nur eine Kiste öffnen, zufälliger Skin, zufällige Spitzhacke Und ich hab mir auf jeden Fall gedacht, ich werd versuchen, mit der ersten Waffe, die ich aufhebe, die Runde zu gewinnen, beziehungsweise ich werd jetzt nicht unbedingt auf Wind spielen, sondern ich werd einfach versuchen, ein paar Kills zu machen und mal schauen, wie weit ich komme Und falls ihr's noch nicht gemacht habt, vergiss nicht zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen, dann ist hier noch der neue Shop, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr rechts unten meinen Creator Code eintragen würdet, arianfn, dann annehmen Und heute ist auch auf jeden Fall die schallgedämpfte Skavi da drin, okay, los geht's So, ich bin jetzt hier in der ersten Runde und das Heftigste wäre natürlich, wenn ich irgendwie eine Combat Shotgun oder so direkt als erste Waffe finde Das wär echt nice Also ja, ich brauch einfach nur Glück, welche Waffe ich finde Ich würd sagen, ich land hier, irgendwo bei der Drohne vielleicht Liegt hier irgendwas Also, der gibt mir eine No-Scope Headshot Mit der halbautomatischen Sniper So, zweite Runde, nachdem die erste jetzt nicht so gut lief Komm, schon einfach irgendeine Shotgun Na gut, die jetzt nicht, aber Ey, hier ist nirgendwo ne ordentliche Waffe Vielleicht da bei meinem Automaten Ne Aha Ne, komm mit Perfekt Ey, das wär halt jetzt so traurig, wenn ich jetzt mit dem perfekten Loot sterbe Easy So, Minis und alles kann ich ja mitnehmen Nur keine Waffen Stinkpumpen auch nicht Der fährt einer mit seinem Quad irgendwo Tatsächlich Den hole ich mir, warte Hä, wo ist der hin Hä, da liegt Loot, aber Wo ist der hin Hä, es sterben so viele, aber ich find einfach niemanden Ah ja Da war das knapp Hä, wir hatten mir noch so viel Schaden gegeben Ich war komplett One-Shot Oh Okay, da unten ist irgendwo einer Hä, was machen die denn? Hä Oh, die Lilane kommt mit wir jetzt, gell Und ein Chak-Chak Der war ja auch komplett One-Shot Hä? Oh, da geht's ab Junge Alter, der ganze schöne Loot und ich muss alles liegen lassen Hä Ey, das hat sich auch schon lange nicht mehr Alles 999 999 Das hat sich介 остановiert Ich habe das Ich habe das 1-Shot 899 Ich habe das Ich habe schon seit Jahren Ich habe das 2-Shot sortiert 529 die Ich habe das Ich habe das latitude und ich habe das Ich habe das Alter, was ist alles für ein komischer Fight Alter, der hat glaube ich gar keinen Bock mehr So, jetzt kann ich noch die Granaten mitnehmen So, in der großen Zone leben noch vier Gegner Ah, da vorne Ja, da sind welche Nein, der Hult in Ey, Mann Wie fallen wir denn noch im Wohnen? Hä? Digger, wie gibt der mir denn noch so viel Schaden? Ah, gut, ich habe den Kill bekommen Ich dachte schon So, warte, ich nehme erstmal das Medikit Mir schauen auch gerade zwei Leute zu Alter, was müssen die sich denken? Die werden von mir gekillt und ich habe nur eine Shotgun im Inventor So, wo ist jetzt der letzte? So, hier liegt noch ein Biggie So, hier liegt noch ein Biggie Alter, geile Runde auf jeden Fall Also, das war es auch schon mit dem Video Ich hoffe, euch hat es gefallen Falls ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen Und vergesst nicht zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen Und ja, bis zum nächsten Mal Ciao Ciao Vielen Dank.